In der Wasserpfeife dampft Kokos-Tabak, Rap-Musik, ein netter Computer-Chat. Ganz anders als vor einem halben Jahr, als die Polizei vor der Tür stand. Aus dem netten 16-Jährigen, dem Champion aus dem Fußballverein, war ein Krimineller geworden. Also, ich bin Olli B. und ich bin erwischt worden beim Taggenhall. Das war schlimm. Lomi, pass mal auf. Ich bin heute mit dem linken Fuß aufgestatten. Wär ich nur im Bett geblieben und hätt ein Buch aufgeschlagen. Hätt mir vielleicht ein Fenchel-Tee gekocht und Pizza bestellt. Und vorne mit Dorn und Phoenix geliehen und gewicht bis um elf. Aber nee, Olli brauchte Action. Indiana Jones ist ein Scheiß dagegen. Also, Maraboos in den Rucksack und auf die Geise gehen. Was ist mit meiner Hand? Ich hab so 010 B getrunken. Okay, ich bin stockbesoffen. Zug gekippt, verwirrt im Dunkeln. Das Jahr sieht irgendwie komisch aus. Stimmt, das weht, das gleit. Und überall stehen kleine Züge in grün, beige, gestreift. Jeder hat Zahlen auf dem Dach. Ich klecker und rühr auf verdammte Scheiße. Mein Zug hat schon nen Tag auf der Tür. Der Name ist Paul. Ja. Ich flosse im Wichser und mach nen Window Down. Ich bin mit blau und den Pfotzen Silber. Ich fühl mich wie Bomber. Das neue Warhol-Endy-Wunder. Jetzt noch schnell drunter taggen. Vor Aufträge, die Handynummer. Ich war jung und ein Toy mit der Skimaske auf. Vom Regal, die Dosen, direkt in den Sack und dann raus. Ich wollte groß werden, fame werden, klick, gering, klick. Wie FBI, Gotthard's beste Freundes, dick abkippt. Ich war jung und ein Toy mit der Skimaske auf. Vom Regal, die Dosen, direkt in den Sack und dann raus. Ich wollte groß werden, fame werden, klick, gering, klick. Wie FBI, Gotthard's beste Freundes, dick abkippt. Der Schaffner kam um die Ecke, wollte den Mann stellen. Seit wann haben Schaffner grüne Uniformen und Handschellen? Er wollte zu mir nach Haus und las mir meine Rechte vor. Ich sagte, ey, das geht nicht, um kotze ihn in sein rechtes Ohr. Irgendwie war er ein cooler Typ und kein schlimmer Mensch. Er nahm mich mit zu ihm und ich konnte auch in seinem Zimmer brennen. Er hat sogar abgeschlossen, damit mich keiner weckt. Okay, es war scheiße, ein Gerüchte, es gab nur kleines Bett. Nach paar Minuten kam er in den Raum mit einer Spritze und ein paar Pumpels. Einer davon hatte einen weißen Kittel. Er wollte Blut abnehmen, er war so ein guter Freund. Wahrscheinlich machte er sich Sorgen, ob es mir gut ergeht. Sie erklärten mir, dass es draußen keine Züge sind. Ich wär nicht bei nem Kumpel und dass es hier auch kein Frühstück gibt. Ich lieb Kaffeele, ich lieb throw-ups und tags, aber ab diesem Tag entschied ich mich kein Kaffeele, nur rap. Ich war jung und ein Toy mit der Skimaske auf. Vom Regal die Dosen direkt in den Sack und dann raus. Ich wollte groß werden, Fame werden, klickere Klick. Wie FBI, Gotthard's beste Freundes, dicker Kett. Ich war jung und ein Toy mit der Skimaske auf. Vom Regal die Dosen direkt in den Sack und dann raus. Ich wollte groß werden, Fame werden, klickere Klick. Wie FBI, Gotthard's beste Freundes, dicker Kett. Wie FBI, Gotthard's beste Freundes, dicker Kett.